schalom meine freunde schalömmchen wir sind jetzt hier immer noch im tresor video haben eure kommentare natürlich vielleicht gelesen wir wollen natürlich mit euch den tresor aufmachen deswegen machen wir jetzt auch live also für uns live für euch nicht aber egal also wir haben hier der martin schmidt schreibt welches der code dreistellig also 2 0 9 bitte probieren Sie 2 0 9 2 0 9 du hast du bereit lieber martin? das war nichts dann haben wir von Mr.Lutt die lösung könnte vielleicht 40 16 sein 40 ich habe C gerückt nicht E 40 60 16 Maa Alter sorry okay 4 0 1 6 ja so ist besser das ist auch nicht schwer das ist schon was ihr dazu versucht haben mit C ich glaube von Mr.Lutt der code ist nicht richtig ich glaube auch aber probier noch mal probier jetzt noch mal aus wie? 40 16 ok so ist es nur live Mr.Lutt der michael schreibt in der selben fässer baut das mit einem dünnen draht lange nadeln ist noch auf der rückseite also hier ist ein loch auf der rückseite hier ich denke das ist für die ich weiß nicht ob man halt sieht aber kein plan da ist auf jeden fall da kommt man nicht dran ja wie gesagt man wird das vielleicht aufkriegen aber wir dürfen den nicht da war einfach die challenge gewaltsam öffnen so ich würde sagen dann probieren wir mal den nächsten code den ich bei Instagram bekommen habe da muss ich kurz hier Instagram Moment probier mal 1080 also 1 0 8 0 ok da muss noch irgendeinen Code richtig haben ja wir haben noch einen die Jenny schreibt ich glaube ich habe die Lösung Jungs erstens 5 also 5 dann zweite Antwort ist 0 und die dritte Antwort ist 17 was ist denn was glaubst du was da drin ist so aus wie ein Handy hast du schon gesehen ich habe nur die Hülle gesehen da ist ein iPhone 12 drin das ist mit Folie sogar noch drauf das ist sogar noch eingepackt das ist sogar noch eingepackt okay ich glaube liebe Jenny danke schön dass du uns geholfen hast ich mach das mal auf also dann man kann sehen das Ding ist noch komplett neu alter also da ist noch Folie drauf also guck mal ich habe das einmal angepackt das Ding ich weiß nicht ob man das sieht aber das ist ok das ist natürlich geil das Folie da ist einfach ein iPhone 12 drin aber da ist die Frage da ist ein iPhone 12 drin ja das ist wer kriege ich dann iPhone 12 ich meine ich habe iPhone 11 Pro ich habe P30 Pro ich würde sagen dann haben wir beide Apple Produkte nämlich statt dass du das nächste was da drin ist ja ok dann kommen wir für weitere wenn du nichts dagegen hast ansonsten ist doch egal ich meine ich kriege es eh bei 3 von 13 vielleicht wenn ich Glück habe ja Freunde wie ich sagen in dem Safe Laden iPhone 12 drin ist noch alles hier eingepackt gewesen also das war auch immer noch original verpackt danke an alle die mitgeholfen haben ja danke fürs helfen auf jeden Fall ja und dann sage ich mal bis zum nächsten Video Freunde tschau tschau bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.